Herr Vorsitzender, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Staatsminister Hubert Alwanger hat sich sehr bewusst dazu entschieden, den 25-Fragen-Katalog unseres bayerischen Ministerpräsidenten nicht alleine gegenüber der bayerischen Staatskanzlei, sondern gegenüber der gesamten interessierten Öffentlichkeit zu beantworten. Er hat darin alles zum Ausdruck gebracht, was ihm zu den Vorgängen von vor über 35 Jahren erinnerlich ist, die jetzt sechs Wochen vor Wahlen medienintensiv und bundesweit diskutiert werden. Im Anschluss daran hat der bayerische Ministerpräsident sich im Rahmen seines Rechtes, wie Kollege Reiß das zu Recht ausgeführt hat, dazu entschieden, an seinem Stellvertreter Hubert Alwanger festzuhalten. Die einschlägigen Umfragen der letzten Tage zeigen eindrucksvoll, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen in Bayern hinter dieser Entscheidung unseres bayerischen Ministerpräsidenten steht. Selbstredend ist es gleichwohl das vornehme rechter Opposition im Sinne eines Minderheitenrechts, den Zwischenausschuss mit dieser Angelegenheit zu befassen. Dem Ansinnen, daraus über eine Ministerbefragung, die in der Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags nicht vorgesehen ist, eine Art Tribunal, eine Art Show-Einlage zu machen, dieses Ansinnen unterstützen wir nicht und weisen diese Anträge deshalb zurück. Vielen Dank, Kollege Mehring.